So, willkommen zurück zu Tales from the Borderlands. Wir machen weiter mit der aktuellen Episode. Heute mal vom Titelscreen aus. Ja, es wird spannend. Letztes Wochenende gab es ja keine Episode, weil ich war nicht da. Das habt ihr auch gesehen dann. Ich habe ja so einen Rock dann gedreht, der ziemlich gutes Feedback hatte, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ja, wir setzen Episode 3 immer mal fort. Wir haben diese komische, ja, auch mal da kennengelernt, den komischen Schnitt. Und ja, mal schauen, was jetzt passiert mit dir auch mal, wenn wir definitiv wiedersehen. Hey, kass, äh, Just checking in, don't want to distract you from the victory lap, you're probably gonna say, you're just gonna say this is dead, but you haven't told her, Tina, about me and all, have you? Ah ja, stimmt, Tina ist jetzt sozusagen verbündet, ne? Oh, was hast du gefragt? Weil wenn sie über mich herausfindet, wird sie deine Hände ausbauen, bevor du dich selbst erklären kannst. Ich bin nicht exageriert, diese Frau ist verrückt! Und sie... wirklich, wirklich nicht mag mich. Oh. Okay, schau, kiddo. Stopp, kenne mich kiddo, bitte. Wer mit du sprachst? Äh, ich... Was? Niemand. 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 Das ist so, wie es beginnt, du weißt. Du beginnst mit niemandem zu sprechen, und zwei Wochen später, du bekommst eine Gasmaske und schreitst über salzende Wände und Fleschstrips. Ich muss sagen, die hat einen toffen Charakter. Oh, sie scheint etwas zu an, dass da etwas nicht stimmt. Ich bin nicht so, wie es das ist. Ich bin nicht so, wie es das passiert. Ich bin nicht so, wie es Athena ist. Ich bin nur, in generell. In generell, ein bisschen... Impendlich. Oh. Okay. Ist das, was ich nicht zu lassen, dich über meine Cybernetics zu nehmen? Ja, das ist so. Du, das Flügel mit der Flügel mit deinem Mann über deinem Mann, Jack, und guckst du. Ich konnte das Drone nicht mehr, bevor du deinem Mann in eine Cone rack hast. Ich habe ein bisschen eine Lacken Vertrauen hier. Was ist passiert? Tick-Tock! Hey, Fiona hat ein Plan. Was war? Uh, ein Flashpang und dann... ...ein eine gewisse Richtung? Look, ich liebe deine Skull, okay? Es ist in der Form. Es ist gut geöffnet. Ich live da. Also, das letzte Mal, was ich will, ist es sehen, wie ein Zit, nur weil du zu viel Vertrauen in Fiona's Improv. Einer von beiden wäre sowieso so gewesen. Fiona oder er. Es ist nicht so, wer die größte Schmerzen hat. Es geht um das Team. Mehr als das, es geht um das Kompromiss. Wenn du dein alter Pal Vasquez hättest, dass er dir deine Prüfung gegeben hätte, dann wäre er nicht tot, würde er? Er sagt, der tot Typ. Ja, genau, sicher. Ja, weißt du was? Lass uns darüber reden. Weißt du, warum ich sterbe? Warum spricht dieser Typ mit ihm selbst? Weil es war in... Ich habe nicht gearbeitet mit den Leuten, die ich nicht vertraue. Aber ich habe nur die Schmerzen auf die Balthe Hunters, stattdessen auf die Balthe Hunters, ich bin jetzt auf die Pläne, und jetzt, schrecklich zu machen. Und wenn du nicht lernen, zu arbeiten mit den Leuten, du willst, in die Haut, dann wirst du sterben. Nichts, aber deine Bride in eine große, fat hole. Es tut. 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 Interessant. Ja, komm. Ich glaube, wir können zusammen arbeiten. Für jetzt. Du siehst? Das war nicht so hart. Ich will dich nicht runter lassen, Kind. Du, du. Du hast ihn nur gemacht. Das klingt schlecht. Ich habe gerade gedacht, ich habe das Gefühl, den wir brauchen noch. Daher sind alle zurück. Das hat mich noch niemals. Das hat mich noch niemals. Wir werden uns mit uns, um den vorliegenden Zukunft zu sein. Ich will dich wissen, wo wir gehen können. Du wirst gehen können. Du wirst gehen können. Wir folgen... Nein, nein, nein. Nicht in general, Idiot. Was ist das, du willst? Denn ich... Ich werde dir das helfen. Du wirst. Du wirst. All the crap we've been through to be worth something for one. There's no way in hell I'm just going back to Helios to keep licking and slightly shinier boots. Not after all this. What? Now... Now there! I can definitely help. Next time we connect to the Hyperion Echo Net you just plug me in and I'll redirect some funds your way. My ID's probably still active in this system. I'm telling you. If you and me stick together, you'll be swimming in a pool filled with tiny yachts in no time. Just think about it. Little tiny yachts. Maybe we'll talk later. You two got pretty chummy. Are all your BFFs murderous monsters? Guys, can we just call it for the night? We're not gonna find anything in this light. Yeah. All right. You're masked. What about it? It hides your identity. That is the definition of a mask. Yes. It implies we would recognize you if you didn't have it on. Maybe it protects me. Maybe I just think it looks cool. Maybe I'm just crazy. Lots of possibilities there. Oh, I can tell you right now. It doesn't look cool. Noted. No. No. No, 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 no. It's a compelling theory. How confident are you in this hunch? What I mean is, do you care to make a wager? I don't make bets when I don't know the outcome. Just thinking out loud. You should do a little less of that. Tell me about the dome. Hmm. I'm done talking for a while. He can fill you in. Hey! What? Who wants to know about the dome? Well, the creepy part or the pretty part? All of it. Yeah, yeah, I guess so. Gewächshause, Utopia oder so Alles total verglast Und das ist, wo das Upgrade-Thinge ist? Das ist definitiv ein bisschen weirrt Was ist das Ort? Was wollten die? Was haben die hier gemacht? Hm, diese sind nicht eingefroren Alles ist eingefroren außer die Pilze Echt faszinierender Ort Komisch, die Pilze sind nicht eingefroren Nur wie diese roten Pilze Entrance Office Sears Tower Okay The Overseas Tower Hier kommt man I've been on Pandora all my life But I've never even heard of this place Oh, this place is nothing You should see how Pandora looks from Helios Is it pretty from up there? Like a big old diamond Or some other gem Thing, you know what I mean Kinda cheesy, but Yeah Oh, der Kleine weiß den Weg, wie's aussieht Was haben wir da? Kristalle Wurmpflanze This place is cool So, how do we get in? I thought you destroyed everything, Atlas Huh Guess I missed this one What would you have done if you found it? Reduce it to rubble Grind the rubble to dust Kill everyone inside I feel like this has to be the most exciting thing I've ever done But then again, I haven't really done much Like almost nothing I was a hatrack Back on Helios Ein Hutständer, lol LB, are your joints holding up okay in this cold? This unit's aftermarket parts are holding up adequately Just want to make sure both of you are good It's been a crazy day, am I right? Huh? You are very right Wait, you're not being sarcastic, are you? Why would I? Wow, I am so not used to this, it's kind of refreshing Hey Robots, what you doing? Have you found my upgrade yet? No Oh, I see Hey Hey Hey, I'll keep blowing up and open my eyes I'm so happy Hey 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 Wenn du nichts findest, ok? Ich werde weiterhelfen. Hallo, wie können wir dich öffnen? Was hast du mir vorhin? Du hast mich nicht beobachtet, oder was? Sie sahen, als ob du Spaß hast. Es war schön. Jetzt nicht schrecklich auf mich. Da wird nur was laufen zwischen den beiden. Zwischen Fiona und... ...Rice oder so. Du könntest ja mal probieren. Aber ich denke, es wird noch nicht funktionieren, oder? Ne! Dachte ich mir. Der Schutt muss weg. Halt! 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 Und er klebt da immer noch dran. Und dann sah ich es in seine Kante. Und dann hatte ich keine Ahnung, was passiert ist. Wann wirst du, was er ist? Ja, ein Zeitpunkt. Ich habe... Yohoho! Loader-Bot! Kannst du eine Hand hier, old amigo? Mein Mensch kennt mich. Hey! Hey, you... You okay? Gratul! Denied! So... Es sieht so aus, dass ihr alle historien habt. Komm schon... Ich bin sorry, okay? Schau, du warst abgeholt. Jemand war... ...einer hat dich mit deinem Arm verletzt. Du kennst, wie freaky das war zu sehen? Ich glaube, dass jemand dich nicht verletzt hat, wird dich aus deiner Misere. Du möchtest diese Unit, um die Verletzungsprotokolle zu erzeugen? Wie du verletzt, Thun? Ja, bitte verletzt mich. Shake Hands würde ich sagen, sozusagen. Schönes Warton. Lol... Einfach mal getätschelt und das Fahnen kreuzt immer noch im Bild, by the way. Okay... Haha, wir haben es geschafft! Entrance hier. Oh, sehr gut, Rhys! Das ist doch immer interessanter. Ist jemand anderes Creep-O-Meter jetzt auf die Bananen? Mhm, ich höh, ich höh, ich höh, ich höh, ich höh, ich höh, ich höh! Lorderbot, was he say? Unclear! Ich kann nicht die Paralletic-Grunts-Grunts! So? Meine Upgrade ist nearby! Sorry, es ist ziemlich spookier hier. You know, ich möchte mal eine Abandone-Health-Spa suchen oder so. Mit fluffigen Tauern. Gordis, wenn du nebenbei sagst, Möchtest du, wie, in diesem Raum, nebenbei? Ich meine, es ist definitiv nahe, aber es ist kein hoher Beacon oder so. Schauen wir mal. Ich denke, die Technikale für das ist, dass es sehr schrecklich ist. Oh, vielleicht können wir es ja noch gebrauchen. Sind Sie sicher, dass Ihr Upgrade hier rund ist? Ich bin positiv, dass mein Energiechassi hier ist. Irgendwo, in der generalen Beziehung. Wir werden es finden. Es wird glücklich sein. Oh, danke. Ich werde einfach weiter schauen. Hoffen wir mal, dass du recht hast. Frische Früte. Ich bin hier. Findest du etwas? Ja, ein Drake-Fruit-Stasch. Wie eigentliche Drake-Fruit? Kann ich etwas haben? Habe ich etwas davon? Niemand hat einen Biss aus dem nur frischen Stück. Also sicher, wenn du Kugeln möchtest. Ah, da würde ich auch nicht mehr abweisen. Die Diener kommen mir so bekannt vor, dieser Schnellwechsel. Ich glaube, damit konnte man sein Outfit verändern. Naja, keine Weapons. Aber es gibt Dinge, die ihr euch interessiert habt. Ah, sieht eigentlich recht nice aus. Besser als die Schiebing-Klamotten. Ach komm. Why not? Können wir gleich mal machen. Und den Loader-Bot können wir einfach mal... Den Loader-Bot können wir so lassen. Ist sowieso viel zu teuer. Ja, und bei ihm... Ja, das können wir auch so lassen. Naja, und das sieht ein bisschen zu Robocop-mäßig aus. Das lassen wir mal, so wie sie ist. Also... Interessiert mich jetzt nur dieses Steampunk-Outfit. Kostet mich das für 100 Dollar, aber... Hm, ich denke, ich mag das. Hey Leute, schau mal an mein süßes neue Hatt. Sehr schön. Ich war... Ich war... Ich war... von deinem alten. Es... Es... Es sieht cool aus, komplett. Es sieht wirklich cool aus, dieses Outfit. Find ich. Atlas Extreme Latte 5000. Ist es noch funktioniert? Hm? Atlas ist vielleicht voll von korrupten, murderischen Basterden. Aber sie haben das beste Lattes gemacht. Nein. Ach... Schade, Atlas. Oh, Basterde. Ich denke mal, das ist so ne Art Venus Fliegenfalle. Nichts hier. Findest du irgendwas? Nichts. Nichts. Dieses Ort ist... ... disconcerting. Wie so? Es ist Atlas. Und nichts versucht uns zu töten. Nichts. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. woher wir sind. Die Unternehmen sind nur über mass-market destruction. Ich bin nicht ein Unternehmen. Und sie? Du hast etwas gelernt heute. Was über Gordas' Upgrade? Ist es hier? Nichts. 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 Ich habe nur noch einen. Ich habe nur noch einen. Ich habe nur noch einen. Das ist alles. Ich versuche, ich bin komplett harmlos. Es gibt absolut keine Neuheit, um mich zu töten. Ich versuche dir. Und niemand hat jemanden töten. Aber du musst die hellen oder auf deine medienste. Okay? Natürlich. Natürlich. Ich bin einfach nicht so viele Leute auf meine ... Reise. In fact, ich würde es lieber machen, nicht so. Hey, da. Das kleine Roboter ist, warum wir hier sind. Da ist ein Upgrade irgendwoher. Wir suchen ihn. Ja, ich kann Ihnen helfen. Ich weiß nichts über das. Also, Sie sollten gehen. Wir müssen alle gehen. Wir müssen alle gehen. Wir gehen unsere separatee Weg. Ich kann gehen jetzt, in fact. Und wenn jemand fragt. Nicht, dass jemand würde, natürlich. Ich sage ihnen. Ich sage, ich habe dich nicht gesehen. Hey, stranger. Relax. Max. Think of a calm place. Your trusting place. Let's go back there. Together. Yes. Yes. Terrific. So. So. How about you tell us what's actually going on? I... 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 I just... I... I... Um... Oh! Your friend there. Does he happen to suffer from artificially induced hemispherical abdormition? Paralysis? Brrrrrr! Yeah. That's a good question, Vaughn. Why didn't you just say paralysis? Because he's not technically paralyzed. The contortion, the blinkless eyes, all signs of a toxin called anotoxal. Wait, wait, wait. You've seen this before? Yes. If you let me get a better look at him... Well, then you can fix him. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Was mache ich damit? Du siehst es in sein Herz. Also, was jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie so etwas wie das gemacht. Äh, was? Ich dachte, du wusstest... Oh Gott, die Toxin-Turne ist verrückt. Oder ein Fettbewerb. Er ist schützt. Aber die Schreie, die du dir hast, sollte helfen. Oh, oh, oh Mann. Oh, das ist das... Oh mein Gott, danke für mich. Oh Gott, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Wenn das dein echte Name ist... Das ist nicht, und ich habe noch nie gesagt, es war. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Aber ich habe nur geholfen... Ah, sehr gut. Ich bin auf der Reise, duhst du. Ich habe alles verloren. Meine Frau. Meine Sohn. Mein Katz. Ich habe sie nicht verloren, in diesem Ordnung. Ich verloren meine Frau zuerst, dann meine Katte, dann mein Sohn. Also, Frau, Katte, Sohn. Du hast schon gedacht, dass du ein Professionell-Storyteller bist? Weil ich muss dir sagen, dein Sinn für die wichtigste Information ist einfach... Priest. Entschuldigung. Es ist ein langer Zeit, seitdem ich den Kontakt genutzt, habe ich mit Menschen gefühlt. Vielleicht habe ich vergessen, wie zu sprechen mit Menschen. Man ist sehr klar an diesem Mord. Vollkommen nachvollziehbar. Das ist eine schade Geschichte, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe eine Stache von Drake-Fruiten. Von woher ich jetzt bin, es scheint, dass du etwas zu essen hast, heute Morgen. Das macht deine Geschichte, dass du hier gerade gekommen bist, ein bisschen, wie du... ...suspect. Actually, you know what, screw this guy. I mean, look at him, he can't even eat fruit without splashing juice all over himself. His clothes are terrible, and his cat probably sucked. What could he possibly know that would help us? Let's get out of here. For your information, my clothes are entirely functional, and my cat may have sucked, but he was the finest sucky cat on this Godforsaken rock. But you're right about the juice stain. That's totally indefensible. I'll tell you what you want to know. Follow me. I am the bunker within that jungle. I suspect it contains the upper control of the floor. I wish I could tell you more about what's inside, but I was never brave enough to check. The problem, your problem, is the Atlas Automated Security System that surrounds said bunker. Isn't it always? If I were you, and in this instance I'm relieved I am not, I'd gain access to the Security Tower, which is... there. I can get in and disable the Security Systems easy. Not easy, not at all easy, but your best option nonetheless. Automated Security System, huh? Huh. Just realized the acronym for that is ass. Ha! What kind of defenses are we talking about here? Oh, the usual medley of turrets and laser grids. Self-regulated, self-controlling, all lethal, of course. Race, that sounds like something you can handle, right? Please, in my sleep. So we're done talking, then? We can actually go secure this upgrade now? Fiona, while Mr. Robot Eye here hits the Security Tower and hacks the defenses, you and I will infiltrate the bunker and grab the upgrade. Let's get this gorgeous piece and get out of here, huh? Awesome! This is incredible! Confidence. That's good. Okay, little update from me, which is... I feel terrible! Not good at all. And I'm sure I've got some residual nerve damage. Almost certainly you do. Right, thank you for that input. So, I'm gonna maybe chill out here? That's cool with everyone? Uh, yeah. That's okay. I'll go with Reese. There's a lot of stuff I can do, right? Huh? I mean, I don't have a robot eye. I'm not a highly trained assassin. Also not particularly charming, but I can still do stuff. Yeah, I can do it. I'll figure out something to do back here while you're gone. Everyone? Have fun, everyone! Bein' awesome. I guess. You know, Von, you've been through a lot. Maybe for now you should just focus on getting some rest. Rest? Rest sounds nice, actually. Thanks, Fiona. All right. Everybody knows what they're doing? Yeah. And with a plan like this, what could possibly go wrong? Tja, und gerade bei solchen Sätzen geht natürlich irgendwas schief. So, despite my incredible leadership efforts going unnoticed, Sasha and I went to go brave the catwalks and find the security station. Aber man war noch kein safe point. How are you not permanently damaged from all this brain trauma? I'm perfectly fine, thank you. I've got a tough noggin. Just ask Vasquez. Or, never mind. Aber gut, dafür, dass letzte Woche noch keine Folge gab, ist das schon... So ein bisschen okay, wenn's ein bisschen länger geht, die Folge. Hmm. Ha, ha, ha. Perfektlich gut, hm? Hm. Hm. Tja. Aber... Was vermögen... Die beiden jetzt wohl gefunden haben. Das werden wir erst in der nächsten Folge von Tales of the Borderlands, oder Tales from the Borderlands erfahren. Ja, die Folge ist ein bisschen länger, weil halt, ja, der Speicherpunkt zu spät kam, und weil letztes Wochenende ja sowieso keine Folge kam, denke ich mal, ist das schon relativ okay. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.